Musik Schneeglatte Straßen auf der A5, zahlreiche Unfälle. Nicht viel ging mehr auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen der Anschlussstelle Waldorf-Wissloch und der Tank- und Rastanlage Bruchsal haben sich auf schneeglatten Straßen gleich mehrere Unfälle ereignet. Ein spanischer LKW musste kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn Frankfurt-Basel kurz hinter dem Waldorfer Kreuz verkehrsbedingt bremsen. Dabei kam das Heck des Sattelzuges auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Das nicht mehr lenkfähige Fahrzeug prallte an die rechte Leitplanke und kam mit dem Führerhaus in entgegengesetzte Richtung zum Stingstand. Der Auflieger blockierte den Seitenstreifen in zwei Richtungsfahrbahnen. An der Unfallstelle liefen ca. 200 Liter Diesel aus, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten. Die Autobahn war für die Dauer der Berge und Räumung der Fahrbahn für ca. 45 Minuten vollgesperrt. Der Verkehr stauhte sich zurück bis in den Bereich Weinheim auf rund 30 Kilometer. Dadurch kam es zum Rückstau auch auf der A6 Heilbronn zeitweise zu einem Stau von 5 Kilometer Länge. Kurz nach der Ausfahrt Kronau kam ein weiterer Lkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und rutschte in den Seitenbereich. Nein, es war gar nicht gestreut. Ich war hier zwei Stunden und habe kein Streufahrzeug gesehen. Im weiteren Verlauf der A5 haben sich noch mehrere Unfälle ereignet. Auch der Kameramann wurde unverschuldet in einen Unfall verwickelt. Verletzte sind glücklicherweise nicht zu beklagen. Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf knapp 100.000 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017